Hallo und Willkommen zu, oh, tot, ähm, zu DLC-Quest, was für ein schöner Anfang. Wir haben uns das letzte Mal die Pickaxe geholt und kämpfen und hauen uns jetzt durch diese Steine hindurch. Und natürlich, was sollt ihr kaufen? Buy Pop. Pop Sound. Okay. Werbung. Jo. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Gibt's auf jeden Fall eine Menge Coins, wieder mal. Oh, okay, keine DLCs erhältlich. Gibt's auch nix. Da wartet, da hat zuletzt der Schäfer auf uns gewartet, als wir die Schafe abgewogen haben. So. Überall Coins, überall Coins. Was gibt's hier? Snow-Joke. Rest assured, this is a Snow-Joke. What the fuck? Ein Season Pass. Ich glaub, ich kotze. Das erinnert mich jetzt wieder an Bioshock, an meine Geschichte aus dem ersten Part. Was zum Teufel ist euer Problem? Da treffen sie eine empfindliche Stelle bei mir. Okay, geht's runter? Achso. Ach, dann mach ich die doch. Anstand 2 war mal kaputt. Okay. Ah, Zwang. Zwang ist kaputt zu machen. Ach, dann nicht. Ah, ich kann das nicht kaputt machen. Mann. So. Warum? Ach, Manu. Ich hab gedacht, ich hätte diesmal an den Timer gedacht. Ah, ich bin so unorganisiert. Und da oben muss ich hin. Da können wir nicht weiter? Da müssen wir... Achso. Ich versuch's nochmal. Okay. Ich glaub, ne, da war ich ja schon. Okay, dann... Oh, okay. Die waren wir noch nicht. Schön viele Coins. Ach. Ja. Naja. Nein! Dran vorbei! Scheiße, Mann. Die geb ich nicht... Das geb ich nicht auf. So. Hier bin ich dran. Da? Wie bin ich denn jetzt nochmal hoch? Ich hab vergessen, wie ich da hochgekommen bin. Arg. Verdammt. Verdammt. Ah, okay. Ach, stimmt. Okay. Ja. Ich bin da runtergesprungen und dann versuch mal auf diese Pladatform gekommen. Pladatform. Ja, schön viele Coins einsammeln. So. Jetzt gucken wir mal, was wir uns hier kaufen können. Für 199, den Season Pass. Winter Sound. Winter Sound. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Okay. Okay, noch viel, viel mehr Coins. La, 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 la. Was will er hier? A lot of good men were lost in sterling the... Agro-Innesary spikes at the bottom of this pit. Okay. Dann versuchen wir da nicht runterzufallen. Remove Ads Pack. Okay. Ich wollte es einfach nur mal wissen. Ja, danke für den Applaus. Noch mehr Coins. Noch mehr Coins. Das heißt bestimmt, dass es nächste Ad... DLC ist echt teuer. Ja, ich wollte die Coins haben. Gibt ja zu. Wow. Die Karte scheint gar nicht mal so klein zu sein. Noch mehr Coins. Noch mehr Coins. Alter Schwede. So. Bin ich denn jetzt hier? Ich will noch mal gucken, was ich hier so finde. Ob ich irgendwas übersehen habe. Okay. Ich dachte, vielleicht wäre da noch was. Hier unten bin ich, glaube ich, noch nicht langgegangen. Okay. Du willst du kosten, ob du letztes... Du, let's say... Ja, okay. 200 Coins, also fehlen mir noch 11. Dann habe ich bestimmt irgendwo 11 Coins noch verloren. Vergessen. Verloren. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ich hatte ja irgendwie dieses Ziel jetzt freigeschaltet. Gut, jetzt bin ich hier. Okay, hier komme ich ja wieder zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass ich auch immer welche Före sehe, also... Remove ads, show you. Ich kaufe es einfach mal. Going lauter. Okay, da haben sich schon mal die Schriftzüge geändert. ... Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ahhhh... Gut, hier war ich schon Okay Oh Mann, oh Wie geht's denn hier weiter? Hier oben war ich schon Jetzt brauche ich natürlich noch viel mehr Coins Aha Ich wollte mal gucken, ob es eine Karte gibt, aber gibt's scheinbar nicht. Warum gibt's denn hier keine Karte? Sagt mal Warum gibt's hier keine Karte? Da oben war ich auch schon Ja Hier oben lang Was ist das ätzend gerade? Ach Mist Wo könnte denn Wo habe ich denn noch Sachen übersehen? Da komme ich auch nicht hin Das fröhliche Sterben hier gerade So, ich gehe nochmal zurück Hier dürfte ich eigentlich auch nichts übersehen haben Das fröhliche Sterben hier Tja, ich bin grad irgendwie überfragt. Wie kann das denn? Grains! Hier ist ja auch nix mehr, hier war ich ja auch schon. Das ist übersehen da bestimmt was. Aber was? Also hier unten geht es ja wieder in Schnee. Schnee. Was übersehe ich, was übersehe ich? Rundenlang bin ich ja glaube ich schon, ne? Dafür brauche ich 200 Coins. Aber wo bekomme ich die letzten 200 Coins her? Äh, ja, die letzten 32 Coins her, so, wenn ich 200 habe. Hm. Haaa. Wirklich spannend. Was habe ich denn übersehen? Aha! Außer diese Spikes. La-la-la-la-la-la-la… Überbrückungsmusik, bitte! Tut-tut-tut-tut-tutat. Ach, Mann, oh! Ich find's nicht. So. Jetzt bin ich doch wieder fast am Anfang, ja. Ich geh jetzt einfach mal zurück. So, jetzt hab ich das auch weggemacht. Dann ist auch mein Zwang ausgelebt. Ja. So, ist auch nix. Hier war ich ja auch schon. Oh Mann. Warum finde ich denn hier nix? Wie sagt er auch nix mehr, ne? Du irgendwas, Deals, Jani. Ja, auch dasselbe wie vorhin. 30, 32 geben wir. Gucken wir mal hier in der Höhle, ob ich hier irgendwas übersehen hab. Das kam ja schon mal vor. So. Ne, war ich ja vorhin erst. Da gab's nix mehr. Da gibt's auch nix. Dort gab's auch nix mehr. Oh Mann, 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 Mann. Hier, das sind alles nur Spikes unten. Ah, ja. Ich hab's gemerkt. Da unten sind nur Spikes. Einmal hier lang, einmal da lang, einmal da lang, einmal da lang, einmal da lang. Ach, ja. Aber hier gibt's auch nix. Ich frag, wie ich für die letzten 32 sein soll. Ach, Schidemann, Schidemann, kaputt. So. Ach. Langsam wird's frustrierend hier. Können die letzten denn versteckt sein? Nee, hier ist auch nix mehr. Nee, hier ist nix mehr. Okay. Hm. Ich bin überfragt. Ich bin wirklich überfragt. Ich weiß nicht, wo ich noch 32 Punkte herholen sollte. Wahrscheinlich hätte ich mir das Ding nicht kaufen sollen. Ha. Zombieschafe. Great. Hm. Okay. Hm. Okay. Ich probiere nochmal was, aber ich glaube, das ist auch... Ich habe hier einfach irgendwas übersehen. Einen Weg habe ich definitiv übersehen. Ich meine, nicht den. Ha. Naja. Ich würde mal sagen, wo wir die letzten 32 Punkte herbekommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Abonnements und so weiter. Ciao.